Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, Folge 16 vom 14. März 2018. Ich darf Sie wieder herzlich begrüßen bei uns. Mein Name ist Corinna Budras und neben mir sitzt... Hallo, Markus Jung. Genau, in Vertretung von Konstantin von Leiden, der jetzt im Moment im Urlaub weilt. Aber Markus Jung ist ein bekannter Kollege. Viele von Ihnen werden ihn sicherlich schon mal gehört haben in einer Folge vor ein paar Wochen. Und heute ergibt er eben seinen zweiten Auftritt. Vielen Dank, Markus. Gerne. Die Themen dieser Woche. Es hat am Landesarbeitsgericht Niedersachsen einen brisanten Fall gegeben, Da hat der Volkswagen-Konzern versucht, einen Mitarbeiter loszuwerden, einen Salafisten und ist damit gescheitert. Ein, wie wir meinen, extrem examensrelevanter Fall. Also nachher mal die Ohrenspitzen. Markus wird uns dazu gleich einiges erzählen. Dann ist ja heute ein ganz besonderer Tag, weil die Bundeskanzlerin endlich vereidigt wird. Außerdem steht jetzt nur das Kabinett und wir wollen uns mal mit der neuen Bundesjustizministerin Katharina Barley ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Und dann haben wir dann noch einen etwas illustren Fall aus den USA. Es geht mal wieder um Donald Trump und seine Verstrickung mit Stormy Daniels, einer, man kann so sagen, Pornodarstellerin. Und schließlich haben wir noch das gerechte Urteil. Vielleicht noch, bevor wir gleich einsteigen, noch einen Nachtrag, beziehungsweise zwei Nachträge zu Themen, die wir bereits in der Sendung behandelt haben vor einigen Wochen. Da geht es zunächst einmal etwas um etwas, was wir in Folge 13 intensiv besprochen haben, nämlich die Frage, ob Kunden der Sparkasse ein Anrecht auf weibliche Anrede haben. Der Bundesgerichtshof hatte den Fall zu verhandeln von Marlies Krämer, die sich ja dagegen gewandt hat, im Formular nur mit der männlichen Anrede benannt worden zu sein und eben nicht als Darlehensnehmerin zum Beispiel genannt zu werden und hatte das eben vor den Biss zum Bundesgerichtshof eingeklagt. Und er hatte aber jetzt festgestellt, dass es kein Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist, denn hier findet keine Diskriminierung statt. Im Wesentlichen ist es nämlich auf die objektive Sicht eines verständigen Dritten abzustellen und nicht auf die subjektive Sicht der betroffenen Person. Und da könnte man eben davon ausgehen, dass es kein Ausdruck von Geringschätzung ist, wenn das generische Maskulinum benutzt wird. Also verallgemeinernd eben festgestellt wird, dass es nur ein Darlebensnehmer gibt und damit aber sowohl Männer als auch Frauen gemeint sind. Das in aller Kürze dazu. Wie gesagt, in der Folge 13 haben wir es ein bisschen intensiver besprochen. Und dann wollte ich noch nachtragen, dass Oskar Gröning, der Buchhalter von Auschwitz, gestorben ist. Auch das war ein ziemlich brisanter Fall, den wir schon besprochen haben. Das war im Grunde genommen eine Zeitenwendung in der ganzen Behandlung der Auschwitz-Prozesse. Da eben wurde der als Buchhalter von Auschwitz bekannte Mann im hohen Alter verurteilt wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen. Er wurde zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und das Ganze hat sogar noch das Bundesverfassungsgericht beschäftigt mit der Frage, ob dieser alte Mann, der jetzt im Alter von 96 Jahren gestorben ist, tatsächlich seine Haft antreten kann. Konnte er, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, aber dazu wird es jetzt eben nicht mehr kommen. Kommen wir jetzt aber nun zu den aktuellen Fällen. Markus, du hast dich intensiv mit Volkswagen und dem Salafisten beschäftigt. Was ist da passiert? Ja, stimmt. Volkswagen kommt nicht zur Ruhe. Diesmal hat es aber nichts mit Dieselmotoren zu tun, sondern mit den eigenen Mitarbeitern. Am Montag späten Abend gab es dann noch eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen. Die haben, die Kammer dort hat geurteilt, dass der Autohersteller einen Montagearbeiter, von dem man sich gerne trennen wollte, weiter beschäftigt werden muss, weil nämlich sowohl eine fristlos erklärte Kündigung, was für eine Kündigung ist, das erkläre ich dann gleich noch, und auch einen Hilfsantrag umgedeutet in eine ordentliche Kündigung, wo beide unwirksam sind. Und das Brisante an der Geschichte ist, das müssen wir jetzt ein paar Jahre auch zurückgehen in der Geschichte, ist, dass es sich bei diesem Mann, der im Montage, wie soll ich sagen, am Montagewerk wahrscheinlich dann auch in Wolfsburg arbeitet, seit einigen Jahren schon als mutmaßlicher Islamist aufgefallen ist. Er stand unter Beobachtung des Landeskriminalamts Niedersachsen und auch des Verfassungsschutzes. Das ist ausführlich dokumentiert. Der Mann muss also in seiner Freizeit auch Propagandaflugblätter in der Wolfsburg-Innenstadt verteilt haben. Und es gibt einen Fall, er muss zum Jahresende 2015 versucht haben, aus der Bundesrepublik auszureisen und stand aber wegen dieser Vorbeobachtung auch auf einer Fahndungsliste der Grenzfahndung und wurde dann von der Bundespolizei daran gehindert, auszureisen in die Türkei. Er hat gesagt, er würde nach Istanbul fliegen wegen einer Zahnbehandlung und auf Nachfrage der Bundesbeamten konnte er also nicht angeben, wo der Arzt ist, wie lange er dann bleiben würde. Und er hatte im Gepäck dabei ungefähr 9.300 Euro. Für eine Zahnbehandlung. Für eine Zahnbehandlung plus eine Drohne. Und die Mutmaßung war einfach hoch mit der Vorhistorie und den Erfahrungen, die man dann einfach auch über ihn gesammelt hatte, dass er mutmaßlich nach Syrien einreisen wollte. Deswegen hat man ihn an der Einreise gehindert, hat einen Großteil des Geldes beschlagnahmt, also auch die Drohne und den Reisepass eingezogen. Dagegen hat der Mann sich gewehrt, weil das ja eine Maßnahme ist einer Bundesbehörde, hat sich dagegen gewehrt in einem Verwaltungsgerichtsweg, Verwaltungsgericht Braunschweig. Dazu gibt es auch ein Urteil aus dem Jahr 2015 oder 2016. Das will man dann mit in die Shownotes packen. Und die Verwaltungsrichter haben dann eine relativ deutliche Sprache gefunden, haben einfach gesagt, Maßnahmen als solche haben ihn zwar in seinen eigenen Grundrechten verletzt und waren damit rechtswidrig, aber sagen schon, dass von ihm gewissermaßen als Gefährder eine latente Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Also es gab ziemlich deutliche Hinweise, dass mit dem Mann, was nicht in Ordnung ist, wie lange hat der bei Volkswagen, war der schon beschäftigt? Einige Jahre, ja. Und also er ist 30 Jahre alt, ein Algerier, der aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Und jedenfalls kurz nach dem Verwaltungsgerichtsurteil, das muss dann doch gewesen sein, im September 2016, hat Volkswagen die Reißleine gezogen und hat gesagt, hier, lieber Mitarbeiter, wir tolerieren es nicht, dass du mit deinen politischen oder weltanschaulichen Äußerungen auch möglicherweise unseren Betrieb störst und den Betriebsfrieden störst. Das ist so ein arbeitsrechtlicher Fachausdruck. Und deswegen kündigen wir dir fristlos. Und wenn du dagegen vorgehen willst, machen wir aber auch hilfsweise fristgerecht eine ordentliche Kündigung draus. Genau, mal so einen kleinen Exkurs in Sachen Kündigungsrecht ist ja immer wichtig. Übrigens nicht nur für Juristen, sondern auch für alle Arbeitnehmer oder die es mal werden wollen. Sich da mal ein bisschen vertiefter zu beschäftigen kann, ist nie verkehrt. Und hier stand eben eine verhaltensbedingte Kündigung im Raum. Genau. Wir haben erst mal drei große Kündigungsgründe, wie du eben schon gesagt hast, die verhaltensbedingte, die personenbedingte und die betriebsbedingten. Zu denen kann man sicherlich nur ein paar Sätze sagen, weil die in dem Fall jetzt nicht relevant sind. Die personenbedingten sind tatsächlich Gründe, auf die sich der Arbeitgeber stützt, die in der Person des Arbeitnehmers liegen, für die er gewissermaßen nichts kann. Der häufigste Fall ist eine Erkrankung. Und da muss man sich natürlich immer im Interessensausgleich fragen, auch ob die Kündigung gerechtfertigt ist. Und da besteht natürlich ein milderes Mittel. Das fordern die Gesetze und beziehungsweise auch die Gerichte immer so ein milderes Mittel wäre vor einer so betrieb-personenbedingten Kündigung auch beispielsweise, ob man vielleicht einen erkrankten Mitarbeiter ermöglicht, auf einer anderen Stelle, die ihn vielleicht nicht so beansprucht, weiterhin tätig zu sein für das Unternehmen. Also Stichwort Versetzung ist dann immer das mildere Mittel im Bereich der personenbedingten Kündigung. Die betriebsbedingte Kündigung können wir sozusagen noch schneller abhandeln. Es spielt hier natürlich auch keine Rolle, aber ist dann immer bei Umstrukturierung, spielt das eine Rolle, bei Fusion, bei Insolvenzen natürlich. Also letztendlich all das, was sozusagen strukturell das Unternehmen betrifft, ist dann eine betriebsbedingte Kündigung. Aber hier ging es eben um verhaltensbedingte Kündigung, die immer wieder eigentlich die spannendsten Fälle sind von den Arbeitsgerichten. Ja, also es ist definitiv die Kündigungsart, die am meisten für Arbeit sorgt, die den größten juristischen Stress, muss man auch fast sagen, hervorrufen kann. Und es gibt einfach unheimlich viele Fallgruppen für diese Geschichte. Vor die Klammer gezogen, auch da das mildeste Mittel bei einer verhaltensbedingten Kündigung ist, was will der Arbeitnehmer damit bezwecken? Und der Arbeitnehmer hat hier ein Interesse, möglicherweise an seinem Mitarbeiter weiterhin festzuhalten. Es geht hier um Verhalten, das möchte er natürlich gerne steuern. Und da ist das arbeitsrechtliche Mittel die Abmahnung. Mit der Abmahnung dokumentiert der Arbeitgeber ja. Es gibt hier ein Verhalten, das du in der Vergangenheit an den Tag gelegt hast. Das toleriere ich nicht. Ich möchte, dass du das in Zukunft abstellst. Deswegen hier die Abmahnung. Und es gibt natürlich aber auch Fälle, in denen eine Abmahnung obsolet ist. Nämlich dann, wenn und damit auch eine fristlose Kündigung gewissermaßen möglich ist. Nämlich dann, wenn ein Verhalten so weit fortgesteigert ist, dass man sagt, das kann ich nicht mehr tolerieren. Das gefährdet auch andere. Und das ist jedenfalls bei den verhaltensbedingten, aber dann auch fristlosen Kündigungen so. Wir müssen immer daran denken, dass in allen Fällen, wenn ein Unternehmen eine gewisse Größe erreicht hat. Und im Fall Volkswagen ist es natürlich so, dass ein Betriebsrat eingerichtet ist. Und bei Volkswagen gibt es ja einen sehr mächtigen Konzernbetriebsrat. Und das Betriebsverfassungssetz sieht jetzt auch in bestimmten Fällen vor, dass vorher jeder Kündigung zumindest ein Anhörungsrecht des Betriebsrats besteht. In dem Fall der fristlosen Kündigung weiß man gar nicht, ob das jetzt dokumentiert ist, ob das stattgefunden hat. Jedenfalls hat sich VW in dem Fall auf eine sogenannte verhaltensbedingte Kündigung, aber in der konkreten Situation auf eine Verdachtskündigung gestützt. Und das ist schon ein sehr spezieller Fall, die Verdachtskündigung. Genau, hier wird eben ziemlich deutlich, also das Arbeitsrecht in Deutschland ist sehr streng. Tatsächlich ist es sogar so, dass selbst wenn Straftaten vorliegen, nicht immer ein Automatismus zu einer Kündigung oder sogar zu einer fristlosen Kündigung vorliegt. Das hatten wir in der Tat auch schon in Sachen Volkswagen mal besprochen, weil Oliver Schmidt, der Manager in den Vereinigten Staaten, ja sogar verurteilt wurde wegen einer Straftat. Und selbst da liegt eine Kündigung nicht automatisch auf der Hand. Und hier haben wir es eben nicht mit einem verurteilten Straftäter zu tun. Der wurde nicht wegen eines Anschlags verurteilt oder wegen einer, wegen der Mitglied in einer terroristischen Vereinigung zum Beispiel, sondern es ist tatsächlich ein Verdacht. Genau. Volkswagen stützt sich natürlich auf das, was dokumentiert ist. Wir haben das Verwaltungsrechtsurteil, in dem die Richter eine deutliche Sprache gefunden haben, die verweisen auf Erkenntnisse der Ermittler im Kontext der Islamisten-Szene oder der Salafisten-Szene und argumentieren auch dann, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass vielleicht künftig etwas passiert. Und sagen aber auch, wir haben jetzt schon einen Status erreicht, dass der Betriebsfrieden nachhaltig und wiederholt gestört ist. Was in manch anderen Tageszeitungen so kolportiert wurde, ist, dass dieser Montagearbeiter auch gegenüber Kollegen gesagt hat, ich bringe euch alle um. Also konkrete Vorwürfe, die so aber, ich habe mit dem Gerichtssprecher des Landesarbeitsgerichts noch gesprochen, in der Berufsverhandlung jetzt nicht gefallen sind. Zu dem Ablauf 2016, wir haben die Kündigung, dagegen kann sich natürlich jeder Arbeitnehmer dann auch wehren. Der Mann hat eine erste Klage eingereicht beim Arbeitsgericht in Braunschweig. Das ist auch zulässig erstmal, weil im Braunschweig sitzt ja auch der Konzern, wenn man in der ersten Instanz hat, er verloren und hat dagegen Berufung eingelegt zum Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Und da gab es halt jetzt am Montag dieses viel diskutierte Urteil. Richtig, da hattest du übrigens, das sei vielleicht noch als Hinweis gestattet, einen ganz interessanten Beitrag für FAZ-Einspruch geschrieben. Vielleicht da nochmal der Hinweis, dass Sie das gerne nacharbeiten können, wie gesagt, in unserem Online-Magazin FAZ-Einspruch auf unserer Webseite zu finden. Ja, und die Arbeitsrichter am LAG haben sich das angeschaut und haben letztendlich, man muss sagen, es ist eine große Diskrepanz zwischen dem, was man vielleicht von außen wahrnimmt und sagt, es kann doch nicht sein, dass so ein großer Konzern wie VW sich alles dulden muss und da auch jemanden, ich habe das ja insoweit kommentiert, jemand, der ganz offen und über Jahre hinweg auch dokumentiert nach außen hinstellt, wessen Geistes Kind er eigentlich ist, da weiterhin zu beschäftigen. Aber das Wichtige ist, gibt es denn wirklich eine Verbindung zu dem Betrieb und zu der Betriebsstörung? Ich habe da mit diversen Arbeitsrechtlern gesprochen gestern und unter anderem auch mit Oliver Vohlstedt, der ist Partner von Klimt, das ist eine relativ bekannte und auch renommierte Arbeitsrechtsboutique in Deutschland. Und der hat beispielsweise gesagt, bei einer Verdachtskündigung sind die rechtlichen Hürden für den Arbeitgeber sehr, sehr hoch. In dem konkreten Fall hätte VW darlegen müssen, dass die privaten Aktivitäten des Mitarbeiters konkret störende Auswirkungen auf die Zusammenarbeit im Betrieb haben. Also wir haben hier wirklich einen speziellen Fall. Es geht nicht um etwas, was er sich vorzuwerfen hat im Betrieb, weil das wurde auch nicht vorgetragen, dass es diese Äußerung gab. Ich bringe euch alle um. Sondern es geht wirklich um Aktivitäten wie eben Einzug des Reisepasses, das Hindern an der Ausreise in die Türkei und diese möglichen Verbindungen zu der islamistischen Szene. Das sind alles Themen, die außerhalb des Betriebs stattfinden. Und da muss man auch sagen, das hat auch Oliver Vollstedt nochmal so betont, die Hürden sind deswegen so hoch, weil das ja ein Korrektiv ist. Weil man auf Verdacht in was hineingeht, was auch der Privatsphäre des Arbeitnehmers zuzuordnen ist. Und da muss sich der Arbeitnehmer auch gewissermaßen auch wehren können oder irgendwie auf eine Schutzfunktion zurückziehen können. Also letztendlich ist es immer einfacher, wenn der Bezug zur Arbeitsstelle eben gegeben ist. Da gab es einen ganz, ganz berühmten Fall vor einigen Jahren. Das ist die Kassiererin Emily gewesen. Auch da war ja die Konstellation, dass die Frau im Verdacht stand, eine Untreue begangen zu haben, diese Getränkebons unterschlagen zu haben. Und das war aber insofern dann, da war der Bezug zum Betrieb hergestellt, weil das sozusagen an ihrer Arbeitsstelle stattgefunden hat. Sie hat es in dem Laden angeblich gemacht, wo sie auch gearbeitet hat. Das ist dann sozusagen der etwas einfachere Fall. Da ist das natürlich im Nachgang dann an der Verhältnismäßigkeit gescheitert. Das wollen wir gar nicht so wahnsinnig vertiefen. Aber der Bezug zur Arbeitsstelle ist hier eben gar nicht gegeben. Das hat er sozusagen eher außerhalb, in seiner Freizeit, wenn man so möchte, eben alles getan. Und da sind dem Arbeitgeber dann die Hände gebunden. Ja, also wenn man dann weiterschaut in andere Gesetze, man lernt dann relativ schnell auch beim Betriebsverfassungsgesetz. Da gibt es den Paragrafen 104 und da steht sinngemäß drin, dass auch der Betriebsrat eine Möglichkeit gehabt hätte. Nämlich dann, wenn er nach Einschätzung auch von Vohlstedt, hat er gestern mir auch so gesagt, selbst der Betriebsrat als Arbeitnehmervertreter kann darauf hinwirken, dass ein bestimmter Mitarbeiter entlassen wird oder entfernt wird aus dem Unternehmen. Nämlich dann, wenn er wiederholt und ernsthaft den Betriebsfrieden stört, insbesondere, das ist das Interessante, so steht es auch im Gesetz, rassistisch und fremdenfeindlich sich betätigt. Und das ist natürlich wieder dokumentiert, beziehungsweise man kann das auslegen, wo fängt das an, wie geht das weiter. Aber bei jemandem, in dem so viele Fälle auch schon dokumentiert sind, so ein Verdacht auch da ist, ist das doch sehr naheliegend. Aber offenbar hat der Betriebsrat da nicht die Reißleine gezogen, muss man sagen. Jedenfalls hat gestern ein Sprecher von Frau Wimi auch gegenüber angekündigt, dass man sich jetzt erstmal die schriftlichen Gründe anschauen wird, dass er auch eine übliche Vorgehensweise und sich dann überlegt, Revision einzulegen zum Bundesarbeitsgericht. Interessanterweise beim Bundesarbeitsgericht, man muss sich auch irgendwie fragen, warum kommt das jetzt erst dahin? Gab es vergleichbare Fälle noch nicht? Man hat vor einigen Jahren, in 2012, einen Fall gehabt, der ein bisschen anders gelagert war. Da geht es um einen Verwaltungsangestellten, also im öffentlichen Dienst, der in Baden-Württemberg auch Zugang hatte zu zahlreichen Steuerdaten und aber gleichzeitig privat sich in einer Partei betätigt hat, und zwar nämlich bei der Jugendorganisation der NPD. Und da hat dann das BAG eine ganz interessante Entscheidung gefällt und hat gesagt, Beschäftigte, die gesteigerte Beamten, ähnliche Loyalitätspflichten unterliegen, dürfen nicht davon ausgehen, dass Staat oder die Verfassung und deren Organe zu beleidigen, zu verächtlich zu machen sind und entfaltet ein solcher Arbeitnehmer, auch wenn es nur außerdienstlich ist, Aktivitäten solcher Art, dann kann dies ein Grund sein, dass der Arbeitgeber ihm kündigt. Ganz im offentlichen Dienst ist es einfacher als in einem Privatwert. Genau. Wir werden also da in Erfurt eine sehr spannende Entscheidung erleben, mutmaßlich. Das wird schwierig, ob das jetzt noch in 2018 passieren wird, aber VW wird dann auch aus Reputationsgründen ein ganz gesteigertes Interesse daran haben, den Fall dort hinzubringen. Vielleicht geht es ja noch weiter bis nach Europa. Vielleicht noch eine kurze Frage, bevor wir dann zum nächsten Thema weitergehen. Was ich auch immer spannend finde, sind diese Druckkündigungen, die gar nicht so häufig diskutiert werden, aber jedenfalls ja auch möglich sind. Also immer dann, wenn der Druck auf den Arbeitgeber so groß ist, sich von dem Arbeitnehmer zu trennen, dass er dem nicht widerstehen kann, dass es sozusagen geschäftsschädigend wäre, wenn er ihn weiter beschäftigen würde, etwa weil die Kunden oder womöglich auch die Mitarbeiter darauf bestehen. Spielte das hier eine Rolle? Das könnte tatsächlich weiterhin eine Rolle führen, spielen. Wir haben andere Fälle, beispielsweise bei dem Zementhersteller Holzheim-Lafage, der ja auch sich so Vorwürfen ausgesetzt sieht, dass er lange Geschäfte getätigt hat in Ländern und damit auch direkt den IS gefördert hat. Bei VW könnte das natürlich jetzt nochmal etwas auslösen. Der Fall ist jetzt sehr publik geworden, dass man jetzt sagt, Teile der Belegschaft, also nicht des Betriebsrats, sondern der Belegschaft oder von Kunden, wie du eben gesagt hast, können quasi nicht als genuiner Vertragspartner gegenüber dem Arbeitnehmer jetzt zu VW gehen und sagen, kündige den bitte. Das ist genau die Konstellation, die du ansprichst in der Druckkündigung. Und da wiederum hat die Rechtsprechung sehr, sehr hohe Hürden wieder angesetzt. Und das ist das Schwierige an dem Fall. Wie weit ist eigentlich das deutsche Arbeitsrecht derzeit noch probat für solche Fälle von sogenannten Gefährdern im Unternehmen? Denn das BRG hat gesagt, da gibt es eine sehr spannende Entscheidung, die man auch nachlesen kann, zum sogenannten Kinderschänderfall, dass gewissermaßen einem, wenn ich das richtig rekapituliere, verurteilten Kinderschänder gekündigt worden ist. Das Arbeitsgericht oder vom Arbeitsgericht wurde die Kündigung immer wieder gekippt, in Parallele zu unserem jetzigen Fall. Und dann musste der Arbeitgeber sich gewissermaßen schützend vor seinen weiter Beschäftigten Arbeitnehmer stellen und sagen, praktisch bildhaft gesprochen, die Geisel auf die Rücken schlagen, wir haben hier einen Fehler begangen mit der Kündigung und die Kündigung war unwirksam, wir müssen den weiter beschäftigen. Wenn sowas tatsächlich gewährleistet ist, dann sagt das Gericht, oder dann sagt die Rechtsprechung, dann kann man auch in der Druckkündigung eventuell sich wieder 180 Grad umdrehen und sagen, ja, wir gehen dem Druck, der von außen kommt, nach. Also eine spannende Konstellation. Und nochmal auch den Hinweis, den du ja vorhin schon gegeben hast, sehr vielschichtiges Thema, sowohl fürs schriftliche, als auch fürs mündliche Staatsexamen, doch sehr relevant, glaube ich. Gut, dann würden wir einfach mal abwarten, was das Bundesarbeitsgericht draus macht. Hier würde ich zum ersten Mal seit Monaten sagen, Volkswagen hat es auch nicht leicht. Aber kommen wir jetzt zum neuen Kabinett, denn das gibt es jetzt seit heute. Mittwoch, der 14. März, haben wir eine funktionierende Regierung und eben keine geschäftsführende mehr. Und wir gucken auf eine Personalie, die im vergangenen, vergangenen Woche für, glaube ich, über große Überraschungen gesorgt hat, aber auch für viel Applaus. Es geht um Katharina Barley, die das Justizministerium übernehmen wird von Heiko Maas. Die hat man immer mal wieder in den vergangenen Jahren gehört. Sie war SPD-Generalsekretärin und dann ist sie für Manuela Schwesig eingesprungen als Familienministerin, als Frau Schwesig eben zurück in ihr Bundesland gegangen ist, nach Mecklenburg-Vorpommern und hat sich jetzt im letzten halben Jahr eben als Familienministerin vor der Wahl betätigt. Und vielleicht in Ergänzung, sie war geschäftsführend auch jetzt noch für Arbeits- und Soziales verantwortlich. Sehr richtig, genau. Und auf einmal wird sie Justizministerin und man staunt, weil man auf ihren Lebenslauf guckt und denkt, gab es jemals eine Person, die besser geeignet ist? Da stimme ich ihr vollkommen zu. Also wenn man Maas, seinen Werdegang und Sido direkt nebeneinander legen würde, muss man als Jurist einfach sagen, sehr hohe Qualifizierung von Frau Barley für dieses Amt. Ja. Und das ist im Wesentlichen auch ihrem langen Berufsleben außerhalb der Politik eben geschuldet. Vielleicht nochmal sozusagen für den Hintergrund, also sie ist im Jahrgang 68, ja, in Köln geboren, ist Deutsch-Britin, also hat auch die doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, ihr Vater war Redakteur bei der Deutschen Welle. Genau, deswegen eben in Köln. Da haben sie ja kennengelernt. Richtig. Und die Mutter war eben deutsche Ärztin und sie hat sich für Jura entschieden, hat eben in Marburg studiert, aber auch in Paris. Also ist eben offensichtlich eine sehr weltläufige Juristin, hat das eben auch mit großem Engagement betrieben und zwar auf unterschiedlicher Position. Also sie war sowohl in einer Hamburger Großkanzlei, heißt es immer. Weißt du eigentlich in welcher? Nein, also Medizinrecht war in meinem früheren Beruf als Redakteur bei Juve jetzt nicht so mein Fachgebiet und Medizinrecht ist aber auch was, was eher von den Boutiquen betrieben wird. Ich war ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe. Richtig, genau. Also jedenfalls, da hat sie auch mal reingeschnuppert, war dann auch Richterin und zwar am Landgericht Trier und am Amtsgericht Wittlich und hat aber auch eine Station am Bundesverfassungsgericht bei Renate Jäger absolviert. Das ist deswegen spannend, weil sie einfach zeigt, sie hat auch in der Justizverwaltung sicherlich durchaus Karriere machen können, weil als Wismit kommst du ja nicht immer gerade so ans Bundesverfassungsgericht. Richtig, genau. Also da war sie eben Teil des Dritten Senates, wie es immer so schön heißt, war da eben Abgeordnet. Das heißt, das wird ihr, glaube ich, in Zukunft auch wirklich sehr helfen, mal so ein bisschen auch, also die Denke des Bundesverfassungsgerichts in die Koalition zu tragen, in die Regierung zu tragen, die ja oft einfach sozusagen in zwei Welten leben, hat man manchmal so das Gefühl jedenfalls. Und das könnte in der Tat noch für viele Ressorts sehr nützig sein. Ich glaube, dass man bei ihr einen ganz interessanten Bogen hat, weil einerseits über den sozialdemokratischen Ansatz, sie steht natürlich für viele sehr lebensnahe Positionen, aber wie du eben gesagt hast, sie hat viele interessante Stationen in der Justiz gehabt. Und was man sicherlich auch noch sagen muss, einen Schritt zurückgehen, sie hat promoviert bei Pirot, ein ganz anerkannter Staats- und Staatsorganisationsrechtler ist, wenn ich vermutlich auch an dein eigenes Studium zurückdenke, der Pirot Schlink. Jeder Hörer kennt von wahrscheinlich auch Bernhard Schlink, dem sehr bekannten Autor, das war ja das Standardwerk früher. Und da hat sie jedenfalls ihre Promotion, das Thema ist mir jetzt leider nicht parat, promoviert und hat dann auch später in diesem doch Standard-Lehrbuch für Jurastudenten lange auch mitredaktionell gearbeitet. Das lief natürlich noch unter dem Label Pirot, aber wenn man da vorne reinschaut, dann findet man noch relativ häufig in den früheren Ausgaben auch ihren Namen. Dann ist sie 1994 in die SPD eingetreten, hat dann auch da relativ schnell jedenfalls mitgemischt und für die Lokalpolitik auch gesorgt und ist dann eben jetzt seit einiger Zeit auch in der Bundespolitik aktiv, wird als sehr fröhliche Person, sehr optimistische Person geschildert. Ich habe sie selber noch nie kennengelernt, aber die Porträts über sie lesen sich immer einfach wirklich sehr schwungvoll und sie scheint wirklich ziemlich beliebt zu sein. Hast du da noch was gehört? Nee, ich habe zwar ein, zwei Bekannte, die auch in der SPD politisch aktiv sind, aber da so tatsächlich noch nicht viel mitbekommen. Aber auf mich, ich stimme dir dazu, den Eindruck, den sie so vermittelt, ist, dass sie einen gewissen Grundoptimismus hatten, dass sie nah an den Themen dran ist. Also ich habe bei der, so eine Position wie Generalsekretärin der SPD fühlst du ja auch nicht aus, wenn du dich mit den Realitäten des Lebens auch nicht so beschäftigst. Und ich glaube, dass sie da doch viel mitbringt. Das unterscheidet sie vielleicht, aber jetzt bin ich vielleicht zu vorgreifend kritisch von ihrem Amtsvorgänger, über den wir ja sicherlich auch noch kurz reden wollen. Genau, da können wir jetzt gerne zu kommen, denn wir wollen ja wissen, was sie jetzt hier, welches Haus sie übernimmt, eben das Justizministerium. Und da hat es ja in der Vergangenheit schon, ehrlich gesagt, unter den Juristenkreisen kann man das so deutlich sagen, viel Enttäuschung gegeben. Also Herr Maas, Heiko Maas war jetzt nicht unfassbar beliebt, was auch daran lag, dass er sich natürlich gerne und oft zu Wort gemeldet hat, aber meistens zu Themen, die jetzt nicht unbedingt in seinen Aufgabenbereich fallen. Also jedenfalls nicht nur, er hat natürlich stark agitiert gegen Pegida zum Beispiel, war da sehr aktiv, hat sich auch, es gab noch andere Situationen, wo er sich politisch, Erdogan war es, genau, richtig. Und ansonsten hat er durchaus Kritik auf sich gezogen, weil ihm vorgeworfen wurde, aus seinem Haus kommen erstaunlich viele Gesetze, die handwerklich schlecht gemacht sind, die vielleicht vom Ansatz gar nicht so verkehrt sind. Also er hat zum Beispiel irrsinnig viel Verbraucherschutz gemacht in vergangenen Jahren, beziehungsweise, also sein, formulieren wir es mal so, sein Ministerium war ja nun auch für Verbraucherschutz zuständig. Das hatte sich da bei der vergangenen Legislaturperiode eben geändert. Das wurde gebündelt im Justizministerium. Er hatte sich einen sehr rührigen Staatssekretär an Land gezogen, nämlich den Gerd Billen, den ehemaligen Verbraucherschützer, der da gewirbelt hat und sehr dafür gesorgt hat, dass Verbraucherschutz eine ganz starke Stellung in der Bundespolitik bekommen hat. Er hat auch dafür gesorgt, dass Verbraucherschutz auch in anderen Behörden, in der Bundesnetzagentur, im Bundeskartellamt angesiedelt ist und dass die sich stärker drum kümmern. Dann hat er die Marktwächter installiert und so weiter und so fort. Aber man muss sagen, man hat immer ein bisschen den Eindruck, das machen andere im Haus. Ja, man muss sagen, es stimmt ja dazu, am Anfang mit sehr viel Engagement werft gestartet und man hat auch so mitbekommen, dass jemand, der Nachrichten, Botschaften gut nach außen transportieren kann, denn, wie du eben schon sagtest, ein sehr fähiger Staatssekretär für den Verbraucherschutz, der viele Ideen angestoßen und viel umsetzen wollte. Und was ich so mitbekommen habe aus dem BMJV war, dass es, oder die werden wahrscheinlich auch noch weiter, noch in der neuen Konstellation da sein, dass es quasi unter der Ebene der Staatssekretäre doch sehr starke und auch gute Referenten gab, die die Themen nach oben gebracht haben. Man muss im Nachhinein sagen, Themen nach oben bringen ist das eine. Vielleicht auch kritisch sagen, sind die Ideen auch so ausgereift gewesen und auch ausgearbeitet gewesen. Und die größten Probleme in der jungen Vergangenheit auch vielfach diskutiert, auch bei uns in der Zeitung, Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ein großes Thema. Wir haben auch viel im Haus geredet, diskutiert und auch geschrieben über die Veränderung im Sexualstrafrecht, die er mit angestoßen hat. Das, was du auch schon angesprochen hattest, Thema Mordmerkmale. Also ganz verschiedene Felder, die er da besetzt hat und eben nicht auf jedem dieser Felder so regissiert hat, muss man sagen. Genau. Jetzt hat also Frau Barley einiges zu tun. Vielleicht von den vielen Dingen, die die Rechtswirklichkeit beschäftigen, lässt sich vielleicht herausgreifen, dass es an den Verwaltungsgerichten im Moment hoch hergeht. Auch das war schon öfter Thema, weil jetzt einfach die ganzen Asylverfahren in die Gerichte gespürt kommen. Letztendlich alle Instanzen bis hoch zum Bundesverfassungsgericht intensiv beschäftigen. Und da ist natürlich immer die Frage, inwieweit überhaupt man als Bundespolitikerin, als Justizministerin da viel tun kann. Es steht aber immerhin im Koalitionsvertrag das Versprechen, neue Richterstellen zu schaffen. Auch das ist eben insofern schwierig, weil das vor allen Dingen eben Ländersache ist. Aber nichtsdestotrotz wird sie natürlich diesen Prozess auch lenken müssen. Ja, aber vielleicht durch ihre Vergangenheit, sie war ja auch im Rheinland-Pfalz in der Landespolitik aktiv, hat sie da ein größeres Verständnis zu, wie sie auf die Landesebene eingehen muss, auf deren Bedürfnisse, wie du schon zurecht gesagt hast, die Justizverwaltung ist den Ländern zugeordnet. Und die Einflussnahme ist tatsächlich, per se ist ja schon im Namen aus angelegt, vor allem über die Bundesgerichte möglich. Da wird es auch einen engen Austausch geben. Und ich glaube, dass es da auch mit ihrer Vergangenheit durch das Bundesverfassungsgericht, wo sie ja Wismit war, wissenschaftliche Mitarbeiter und solche, ich verwende hier immer die Abkürzung, dass es da einfach gute Netzwerke gibt zu den Bundesgerichten. Also ich habe aus diversen Richterschaften von Bundesrichtern schon gehört, dass man mit einer Wahl Frau Barley nicht nur im BMJV, sondern auch vielleicht bei Arbeits- und Soziales sehr, sehr glücklich ist und gewesen wäre. Und jetzt ist es halt so gekommen. Ich glaube, für den Kontakt zwischen Berlin und den jeweiligen Bundesgerichten kann das durchaus världig sein. Und jetzt hat sie noch auf ihrem Schreibtisch Musterfeststellungsverfahren. Unser Badelie ist ja auch. Ach, das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Also es soll ja ein Lex Volkswagen sein. Also wir haben ja im Moment die Situation, auch darüber haben wir schon gesprochen, 50.000 Klagen plus, ja, an den unterschiedlichsten Richten in ganz Deutschland. Die Leute klagen mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Wir haben überall einen ähnlichen Sachverhalt, nämlich Volkswagen hat manipuliert, hat Abschaltvorrichtungen benutzt und die Gerichte werten das zutiefst unterschiedlich. Dem möchte man jetzt Abhilfe schaffen durch eine abgespeckte Form der Sammelklage, das Musterfeststellungsverfahren, das im Wesentlichen so laufen soll, dass sich betroffene Verbraucher registrieren können. Ja, wo eigentlich genau? Jetzt habe ich es mir gerade entfallen. Na, es kommt noch. Wahrscheinlich in einem Register, aber es ist nicht so unendlich zu den Verbandsklagen. Richtig, genau. Also jedenfalls können die sich registrieren, um ihre Rechte zu sichern. Und dann muss ein Verband, eine besondere Institution, sich finden, die dann eben das Musterverfahren bis hoch zum Bundesgerichtshof verfolgt. Das Problem daran ist aus meiner Sicht, dass es wirklich ein zutiefst paternalistisches Verfahren ist, weil einfach der einzelne Kläger nur die Hände in den Schoß legen kann, sich registrieren lassen kann und dann ansonsten zugucken muss, wie eine hoffentlich erfolgreiche und sehr engagierte Institution das hoch bis zum Bundesgerichtshof treibt. Aber da kann man keineswegs sicher sein, denn das sind natürlich auch hochkomplexe Verfahren, die viel Engagement, viel Arbeit erfordern. Man sieht es bei Volkswagen, da sind hochspezialisierte Kanzleien gerade am Werkeln und man sieht, wie schwierig das ist. Und das Musterfeststellungsverfahren soll eben die Sachen ein bisschen bündeln, aber mehr als bündeln tut es meines Erachtens nicht. Nee, das wird einfach wieder, es wird kleinteiliger. Man hat eine weitere Möglichkeit, wie du eben schon gesagt hast. Wir haben parallele Entwicklungen bei den sogenannten Kapitalanleger-Musterverfahren, abgekürzt CAPMUG, wo es ja beispielsweise, du hast es eben so schön gesagt, Lex Volkswagen auch mal einen Lex Telekom gegeben hat. Und auch den Fall Telekom warten die geschädigten Anleger der sogenannten Telekom oder damals Volksaktie genannt, auch bis heute auf die Entschädigung. Also es ist nicht immer alles so probat und das vielleicht noch so zum Abschluss zum Minikomplex Musterfeststellungsklage. Es gibt ja durchaus auch das Bestreben der Verbraucherzentralen oder des Bundesverbandes Verbraucherzentralen, da eigene Verfahren zu initiieren. Im Landgericht Bremen gibt es da seit ein paar Monaten eine Klage, die man auch bis oben hintreiben will. Aber wie so häufig scheitert es daran an dem Klagewillen der betroffenen Diesel-Eigentümer, denn das sieht man in den Oberlandesgerichtsinstanzen häufig, wenn es dann doch auf eine Niederlage hindeutet und die Gerichte auch eine deutliche Sprache finden, einigt man sich doch außergerichtlich. Es gibt wahrscheinlich aus Sicht der Eigentümer noch einen lukrativen Vergleich und damit entsteht natürlich keine Möglichkeit, dass so eine Sache immer hochkommt nach Karlsruhe zu einem Zivilsenat. Genau und das sozusagen Erpressungspotenzial, was so amerikanische Sammelklagen haben, hat dieses Musterfeststellungsverfahren definitiv nicht. Ja, das kann man natürlich auch begrüßen. Das ist ja, was wir in Amerika sehen, nicht alles wirklich goldversglänzt. Überhaupt nicht, das will man gar nicht sagen. Aber vielleicht wäre es doch schon sinnvoller, da die Position des Verbrauchers ein bisschen mehr zu stärken. Und was man sich vielleicht von Frau Barley auch erhoffen kann, ist, dass sie mit dieser Mehr-der-Klage-Industrie vielleicht auch ein bisschen aufräumt. Also die sehe ich in Deutschland nicht, aber das ist eben auch der Grund, der Grund, also jedenfalls nicht in einer Art, dass es hier wirklich schwierige Verhältnisse geben würde, sondern ganz im Gegenteil. Hier ist einfach die Hürde, zu Gericht zu gehen, auch immer viel zu hoch, meines Erachtens. Und da hat komischerweise sowohl CDU als auch SPD immer die Klageindustrie vor Augen, die sie befürchten und die sie bekämpfen wollen, obwohl es die meines Erachtens eigentlich wirklich nicht gibt. Das wiederum wäre wahrscheinlich nochmal ein sehr raumfüllendes Thema, aber im Grunde nach stimme ich dir zu. Ich sehe, dass es da einzelne Punkte gibt, wo sich das abzeichnet. Bei Kartellschadensersatz sehen wir da jetzt momentan so Ansätze, da ist wirklich auch viel Geld im Spiel. Da geht es aber auch nicht um Lieschen Müller mit einem VW Diesel, sondern da geht es um wirklich auch große, bekannte, beispielsweise im Zuckerkartell, um Unternehmen, die richtig viele Millionen auch an Verlusten, an Gelden machen. Und da sind ganz andere Treiber noch da mit dabei. Und das interessiert natürlich auch ausländische Prozessfinanzierer, die mit richtig viel Geld nach Deutschland kommen. Und sobald irgendwo Geschäft zu machen ist, sind natürlich auch bestimmte Anwälte nicht weit weg. Aber das soll es auch damit sein. Mal schauen, was Frau Barley macht. Geben wir doch eine Chance. Genau. Und jetzt gucken wir mal nach Amerika. Wieder in Richtung Trump. Man könnte natürlich jetzt auch viel über Schutzzelle und deren Rechtsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit sagen. Aber da gibt es übrigens auch einen interessanten Beitrag bei uns auf FAZ-Einspruch, dem Online-Magazin. Aber das wollen wir hier gar nicht so sehr vertiefen, weil es doch im Wesentlichen eine politische, schräg-schräg ökonomische Diskussion ist, die im Moment gerade geführt ist und die natürlich auch sehr zu Recht sehr intensiv geführt wird. Aber seit einigen Wochen kriegt Donald Trump Druck aus einer ganz anderen Richtung, nämlich von Stormy Daniels. Und Stormy Daniels heißt im richtigen Leben Stephanie Clifford und ist eine Darstellerin für Erwachsenenunterhaltungsfilme. So würde man das aus dem Englischen übersetzen, ja. Genau. Und sie behauptet 2006 eine Affäre, eine sexuelle Affäre mit dem Präsidenten, Entschuldigung, mit dem Unternehmer gehabt zu haben. Damals nur Immobilientycoon Donald Trump. Richtig, genau. Und als solcher natürlich nicht ansatzweise den Zwängen eines amerikanischen Präsidenten unterlegen. Und sie sollen sich auf einem Golfturnier kennengelernt haben und dann soll eben das eine zum anderen gekommen sein. Und die Details wollen wir gar nicht vertiefen. Dafür gibt es andere Podcasts. Wir wollen uns natürlich auf die rechtlichen Implikationen stürzen. Denn es gab dann in der Folge 2016 kurz vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl eine mysteriöse Vereinbarung zwischen ihr und einem Anwalt Michael Cohen. Und das war eben nicht irgendein Anwalt, sondern Trumps langjähriger Anwalt, der dieser Frau 130.000 Dollar gezahlt haben soll, für ihr Versprechen zu schweigen. Dass die Summe geflossen ist, ist ja mittlerweile unstreitig. Aber Michael Cohen, wie du schon gesagt hast, langjähriger Anwalt von Donald Trump, hat sich da sehr gewunden. Hat erst mal gesagt, es gibt keine Übereinkunft, es ist kein Geld geflossen. Dann hieß es auf einmal, naja, es gibt doch Geld. Das Geld hat die Frau erhalten, aber ich sage nicht warum. Darüber wurde auch schon viel geschrieben in den englischen Medien und auch in den deutschen sozialen Netzwerken. Warum zahlt jemand, meine Frau, einfach mal so 130.000 Dollar? Genau, hat er aus seiner Privathatulle gezahlt? Das ist wichtig. Genau, ist überhaupt nicht klar, ob Trump, ob er es ausgelegt hat, ob Trump es jemals zurückgezahlt zahlen wollte, ob er es zurückgezahlt hat. Das kann man, glaube ich, ausschließen. Das ist wohl nicht passiert. Aber jedenfalls ist das alles zutiefst mysteriös, was jetzt hier und die ganze Diskussion läuft unter dem Label Non-Disclosure Agreement, NDA. NDA, kurz, genau. Genau, vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis, was das eigentlich ist. Kommt gar nicht so selten vor. Ist eigentlich insbesondere in Wirtschaftskonstellationen sehr häufig der Fall. Ja, also in der Tat, auch da aus Gesprächen mit Unternehmensjuristen mitbekommen, dass das ein Standard ist, diese Non-Disclosure Agreements. Geheimhaltungsklauseln, sagt man ja im Deutschen, um das den Hörern nochmal näher zu bringen, wer schon mal einen Arbeitsvertrag gekündigt hat oder einen Aufregungsvertrag unterschrieben hat. Der wird im Regelfall auch so eine Geheimhaltungsklausel unterschrieben haben, denn es gehört ja gewissermaßen zu einer Nebenverpflichtung und auch einer Legalität, dass ich bestimmte Informationen oder Abläufe aus meinem frühen Arbeitsleben eben nicht verwenden kann für meinen künftigen neuen Job. Und Klauseln, die sowas sicherstellen sollen, man kann die auch immer gehen und faktisch werden die jeden Tag auch irgendwie umgangen, das sind diese Geheimhaltungsklauseln. Und zumindest, was ich mitbekommen habe, stehen die vor deutschen Gerichten nicht so häufig im Feuer. Wie jetzt offenbar jetzt aber gerade in dem Superior Court of California im Fall Stephanie Clifford gegen Donald Trump. Genau, und die hat jetzt eben Klage eingelegt, weil sie eine Entscheidung darüber möchte, dass diese Vereinbarung null und nichtig ist, dass sie also plappern kann, denn offensichtlich stehen schon die Radio- und Fernsehsender Schlange, sie möchte Interviews geben und ein bisschen erzählen, wie es damals gewesen ist, 2006. Das Bekannte daran ist, wie gesagt, es ist kein richtiger politischer Skandal, sondern eher zeigt ein bisschen was über seine Persönlichkeit, denn Donald Trump soll damals eben gerade Vater geworden sein. Also seine Frau hatte gerade einen Sohn geboren, den Bannon, der jetzt auch zur Welt rum... Barron, genau. Nee, Bannon, Entschuldigung, war ja der andere. Ich meinte Barron. Genau, und das würde sie gerne in allen Details offensichtlich ausbreiten. Und da steht jetzt eben noch dieses Non-Disclosure Agreement im Wege. Das Interessante ist, dass Ihre Argumentation auch ist, dadurch, dass sich der Anwalt schon mal geäußert hat und zumindest zugegeben hat, die 130.000 Dollar bezahlt zu haben, ist argumentiert, sie hat eher schon dagegen verstoßen und deswegen ist jetzt für sie der Weg offen. Ja, es gibt ganz viele Absurditäten, wo auch ein deutscher Christ sagen würde, wie kann das denn sein, jetzt bin ich nicht so bewandert im amerikanischen Verfahrensrecht wie wahrscheinlich du. Aber was natürlich auch sofort auffällt, ist, vor der Klageeinreichung hat sie auch dahingehend argumentiert, naja, sie sehe sich da nicht mehr an die Vereinbarung gebunden, denn Trump habe das ja schließlich nicht unterschrieben. Das ist zwischenzeitlich auch offenkundig oder auch dokumentiert, oder zumindest in der Klageschrift, auch die ist veröffentlicht, und die würden wir noch versuchen, in die Shownotes einzupassen, dass Michael Cohen die unterschrieben hat und eben gerade nicht Trump. Und damit sieht sich dann... Trump alias David Dennison, muss man sagen, ne? Ja, man muss kurioserweise sagen, es geht nämlich konkreterweise um zwei Dokumente, die hier angegriffen werden. Einerseits dieses Geheimhaltungsdokument, das hier in der Klageschrift immer als Hush-Agreement bezeichnet wird, und dann gibt es noch eine Seitennebenbestimmung, würde man ja im Verwaltungsdeutsch sagen, und da wird gerade diese Aliasse, diese Synomybe werden offengelegt. Denn nur in Verbindung mit dem Nebendokument wird überhaupt klar, wer hier mit wem einen Vertrag abgeschlossen hat. Und aus Bellweislers Sicht, muss man vielleicht noch sagen, indem sie argumentiert, er hat das gar nicht unterschrieben, zwingt sie ihn gewissermaßen in so eine absurde Situation, dass Trump sich äußern muss, um eigentlich eine Veröffentlichung zu verhindern, indem er das Gegenteil beweist. Also eine ganz Absurdität. Und laut New York Times, die er rauf und runter über den Fall beäuchtet hat, hat Trumps Anwalt das Dokument unterschrieben, aber er nicht, hatte ich eben schon gesagt. Und wenn Trump sich äußern sollte, was er bislang nicht getan hat, also er bestreitet ja, dass es überhaupt so eine Affäre gegeben hat, aber sobald er sich zu dem konkreten Fall äußert, hat sie das erreicht, was sie will. Und das ist eine Steilvorlage dafür, dass sie an diese lukrativen weiteren Jobs kommen. Genau. Und das vielleicht jetzt noch zur rechtlichen Würdigung. Was könnte hier noch das Problem sein? Interessanterweise wird eben auch diskutiert, ob diese 130.000 Dollar des Anwalts sozusagen eine undeklarierte Parteispende an Trump sein, darstellen könnten. Denn das amerikanische Parteispendengesetz ist sehr streng. Da müssen eigentlich, da liegt die rechtliche Grenze bei 2.700 Dollar. Ab da müssen dann Parteispenden deklariert werden, müssen offengelegt werden als solche. Und hier ist eben einfach die Konstruktion oder zumindest steht der Vorwurf im Raum, dass das, weil das jetzt auch im unmittelbaren Zusammenhang zur amerikanischen Wahl, eben stand zumindest zeitlich, die 130.000 eben als Parteispende zu sehen sind, als eine Unterstützung von Donald Trump im Wahlkampf und deswegen nicht ordentlich deklariert wurden. Also das ist sozusagen ein kleiner Nebenkriegsschauplan. Ja, aber das könnte ja obsolet sein, weil das Geld, zumindest argumentiert sie so, hat sie ja jetzt zurücküberwiesen. Sie hat das Geld nicht mehr. Ja, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt muss es dann trotzdem, wenn man diesen Strang überhaupt verfolgen möchte. Da hast du recht. Genau, aber das ist interessant. Sie möchte nicht die 130.000 Dollar haben, hat sie zurückgezahlt, weil sie wahrscheinlich hofft, wenn sie erstmal plappern kann, dann fließt wesentlich mehr Geld. Übrigens für den Anwalt könnte es auch noch rechtliche Probleme geben, denn es steht im Raum, ob er gegen berufliche Verhaltensvorschriften verstoßen hat. Da steht im Raum, ob es disziplinare Strafen geben könnte, dass er womöglich seine Anwaltslizenz verliert, weil er eben einfach als Anwalt es schon ein wirklich ziemlich unerhörtes Ding ist, einfach 130.000 Dollar zu zahlen, ohne erkennbaren Grund. Also das wäre nach strengen Verhaltensregeln jedenfalls vielleicht auch ein Problem. Wir schauen mal, was da die Anwaltskammern in Delaware, wo nämlich die Kanzlei von ihm auch niedergelassen ist. Und Delaware ist sehr bekannt für sehr progressive, sehr liberale Gesetze, dann irgendwie tatsächlich auch offen lässt. Aber irgendwie erinnert mich das an einem Fall vor knapp zwei Jahrzehnten. Was könntest du meinen? Was könnte ich meinen? Das Ganze ist natürlich auch vor diesem Hintergrund Bill Clinton und das Amtsenthebungsverfahren interessant, denn wir erinnern uns bei den ganzen Vorwürfen mit Whitewater und allem, was Bill Clinton versucht wurde, einen steilen in den Weg zu legen, war es tatsächlich dann die Affäre mit Monica Lewinsky und die Vorwürfe von Paula Jones. Eben der sexuellen Belästigung war dann das, was ihn tatsächlich richtig in Trouble gebracht hat, was die Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren war. Das Lügen über die Affäre mit Monica Lewinsky, das dann über Monate hinweg zu einem wirklich harten politischen Prozess führt, der ist natürlich, wie wir alle wissen, nicht erfolgreich verlaufen, also beziehungsweise erfolgreich für Bill Clinton. Das heißt, er hat dieses Amtsenthebungsverfahren überstanden. Aber tatsächlich sieht man an diesem Fall, dass auch solche Dinge aus der Vergangenheit für ernsthafte politische Probleme sorgen kann. Nur ist hier, ehrlich gesagt, die Gemengelange schon wirklich eine andere, ne? Also ich weiß nicht, das sind Dinge, die doch sehr sich auch ins, finde ich, kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Diesen Satz von Bill Clinton, der mensch unter Druck stand und von dem Sonderermittler Kenneth Starr hieß der, glaube ich, doch sehr auch stark angegangen wurde. Und dann quiei dieser Satz, I did not have a sexual relationship with this woman. Den mag der ein oder andere sich da noch auch dran erinnern. Und man fragt sich so ein bisschen und vielleicht ist es auch in der deutschen Wahrnehmung so, wir haben uns jetzt in den letzten ein, zwei Wochen sehr stark um das Thema Strafzölle konzentriert. Das ist so dahin gewabert als zweites Parallelthema. Aber man fragt sich so ein bisschen, was kann da noch alles passieren im Weißen Haus? Was kann sich dieser Mann eventuell noch erlauben, neben den ganzen auch personellen Konsequenzen, die er zieht? Und wie könnte das dann tatsächlich weiterkommen? Und kommt es eventuell zu einer Situation wie bei Clinton mit einer Untersuchung, mit einer Aufarbeitung bis hin zu einem möglichen Impeachment-Verfahren, das dann am Ende ja noch stehen könnte, ihm drohen könnte? Aber so weit wollen wir jetzt gar nicht denken tatsächlich. Weil das dann doch auch von den Befürwortern, gerade seiner Wirtschaftspolitik, doch eher als das kleine Rübel dargestellt wird. Ja, da ist ja auch was dran. Kommen wir jetzt zum gerechten Urteil. Und da stellst du uns, lieber Markus, ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vor. Ja, das Oberlandesgericht Hamm fällt ja allein schon durch seine Größe, ist ja der größte Gerichtsbezirk in NRW, muss sich mit vielen Fällen beschäftigen und hat sich diesmal beschäftigt mit einer Thematik, die auch vielen aus dem Studium vertraut sein dürfte, nämlich der Beurteilung von Schadensquoten bei Verkehrsunfällen. Richtig, auch für alle Autofahrer interessant. Ja, das ist ein total lebensnaher Sachverhalt. Weil, was man ja sagen muss, sobald ich mich hinter Steuer setze, schaffe ich ja nach dem Straßenverkehrsgesetz, ist das Straßenverkehrsgesetz, SDVG, schaffe ich ja einen Zustand der sogenannten Fahrerhaftung. Also auf gut Deutsch, wenn was passiert, dann bin ich gewissermaßen allein schon durch die Tatsache, dass ich den Schlüssel betätigt habe und losrolle einen Zustand, für den ich mitverantwortlich bin. Und was ist hier passiert? In dem Fall ist es so, dass auf einer Autobahn, in der es offenbar eine Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer gab, jemand eine doch leicht erhöhte Geschwindigkeit, also die Ermittlungsakten haben dann später ergeben, denn da gab es ja offenbar ein paralleles Geldbußverfahren. Und das ist ja dann üblich, wenn man irgendwie auch geblitzt wird oder gegebenenfalls dann auch sich selbst verantworten muss. Der Mann auf der ganz linken Spur, das war ein, lass mich kurz schauen, ein Seat-Fahrer. Es geht um einen Seat und es geht um einen Dacia. Und jedenfalls der Seat-Fahrer, der links gefahren ist, war mit über 150 Stundenkilometer unterwegs. So, der Dacia-Fahrer, wir stellen uns das jetzt, das räume ich vor, es ist halt ordentlich Platz auf der Autobahn, ist auf der ganzen rechten Spur und fängt dann an, ohne zu blinken, auf die linke Spur zu ziehen. Und dann passiert das Unvermeidliche mit erhöhter Geschwindigkeit, rast der Seat dem Dacia hinten rein. So, und jetzt müssen wir natürlich ausgehen von der Situation, wie sieht denn da die Schadensverursachung aus? Von außen hin, auch von der Dokumentation der Polizei, Schadensversucher, der Unfallverursacher ist natürlich derjenige, der dem anderen hinten drauf fährt. Und da hat das Oberlandesgericht nämlich eine interessante Entscheidung gefällt. Die haben gesagt, naja, grundsätzlich kann das so sein, aber wenn ich überhaupt keine Möglichkeit habe und auch selbst, wie schreibt das Gericht, in einem maßvollen Überziehen der Richtgeschwindigkeit, also die sehen das gar nicht so schlimm, dass man da mit 20 Stundenkilometern schneller unterwegs war auf der linken Spur, dann muss man nicht damit rechnen, dass jemand von rechts auf die linke Spur zieht. Und das Problem, er hat den Blinker nicht gesetzt, das war das Problem. Das war das Problem. Jedenfalls die Quotelung, sehr überraschend und man muss aber dann auch sagen, wahrscheinlich gerecht, 100 Prozent. Also der Fahrer, der hinten reingefahren wurde, der sitzt praktisch komplett auf dem Schaden, bleibt da sitzen. Ja. Ist, ich glaube, nur ein Sachschaden entstanden, offensichtlich, ne, am Auto? Ja, von 7.640 Euro. Okay, gut, also insofern können wir jetzt hier munter darüber sprechen, weil es keinen menschlichen Schaden gegeben hat, aber offensichtlich, hier nochmal sozusagen der Hinweis, Blinker setzen. Blinker setzen ist nicht schlecht, die haben versucht, natürlich nochmal eine Miethaftung zu konstruieren, hat der Senat gesagt, sehen wir nicht so und deswegen haben sie Anfang Februar das OLG haben veröffentlicht, seine Fälle ja erst dann auch nach, nachdem die Urteile rechtskräftig sind und setzt das dann raus in der Pressemitteilung, deswegen ist es jetzt erst publik geworden, bereits Anfang Februar zurückgewiesen. Also ein lebensländerer Sachverhalt, auch wieder hier ganz spannend, vielleicht für diverse BGB, AT oder kleine oder große Scheinhausarbeiten, deswegen nochmal auch so nachzulesen. Genau und richtig für alle Autofahrer auch interessant zu wissen. So, das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir haben die Themen ausreichend verhandelt. Herzlichen Dank an meinen Kollegen Markus Jung. Nächste Woche ist Konstantin van Leiden. wieder da, aber Markus, wir hören dich sicherlich demnächst bald wieder. Vielleicht sogar schon nächste Woche, weil ich hatte irgendwie so eine Erinnerung, dass er nächste Woche auch noch im Urlaub ist. Nee, dann die Woche drauf, glaube ich. Fehler meiner Seite. Also tatsächlich werden wir Markus demnächst wieder hören. Aber wir belassen es erstmal dabei, freuen uns, wie gesagt, über Feedback, gerne über unsere FAZ-Seite, über Twitter, wie auch immer, oder auch handschriftlich. Das erreicht uns alles und wir freuen uns über Feedback, wünschen noch eine schöne Woche und bis dann. Tschüss. Vielen Dank. Schöne Woche. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.